Du bist quasi die DIY-Queen im DJ-Business, würde ich behaupten. Du machst ja extrem viel für deine Fans. Du machst Taschen selber, du machst T-Shirts selber. Du bringst Konfetti mit Partys, also du machst sehr, sehr viel Handgemachtes und überhaupt für deine Fans. Woher nimmst du überhaupt die Zeit? Ja, das muss man sich immer gut einteilen alles. Da braucht man viel Disziplin. Also ich packe auch immer so Stickertaschen und so, also so Geschenke halt für Geeks. Manchmal schaffe ich es auch nicht, dann ärgere ich mich ja immer total. Aber...